Zu einer besonderen Ehre ist die Bregenzer Wälder Juppe gekommen. Die Art, wie man diese Tracht herstellt und wie die Frauen sie tragen, ist nämlich in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen worden. Unter diesem etwas sperrigen Begriff immaterielles Kulturerbe werden weltweit besondere Traditionen dokumentiert und geschützt. Seit heute eben auch die Juppe. Sie zeichnet sich durch ihre aufwendige Machart aus. Alle Teile werden in kleinen Werkstätten in Handarbeit hergestellt. Und dann natürlich zu Recht mit sehr viel Stolz getragen.